Willkommen zurück, äh, auch auf YouTube zu einer neuen Folge, äh, Wimmelbild spielen, ähm, ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Es ist schon wieder eine Woche her und ich, äh, so, was haben wir hier? Übertragung von, äh, Lebensenergie. Meine gesamte Jugend habe ich damit verbracht, die Geheimnisse des Wimmelszaubers zu studieren. Mit Hilfe schwarzer Magie besprore ich Davy Jones herauf und wurde zu einem unbesiegbaren Piraten. Nun werde ich den Zauber das letzte Mal anwenden, um die Geliebte wieder zum Leben zu erwecken. Ich muss diese Jungfrau opfern, die ich gefangen habe, bis ich meine Vorbereitung in den unterschiedlichen Bucht beendet habe, in der unterirdischen Bucht beendet habe, wird sie von meinen mächtigen Zaubersprüchen festgehalten. Dann werde ich sie ihrer Lebensenergie berauben und damit meine Geliebte Mary zurück ins Leben rufen. Ich scheue mich nicht vor dieser Grausamkeit. Ich weiß, Mary würde deshalb auch für mich tun. Er würde das selber auch für mich tun, mit Sicherheit. Nach 300 Jahren bin ich wieder zurück. Meine Insel hat sich kaum verändert. Ich habe die kleine Kapelle besucht, die Mary erbauen ließ, nachdem ich sie hierher zurückkehrte. Als ich unsere Gräber und ihr Potenzial sah, ich konnte es nicht ertragen, sie so zu sehen. Älter und trauriger, so unglücklich, ich ließ mich von der Wut hinreißen und schlug ihr Porträt in Stücke. Mein Beschluss steht fest. Ich werde die Zeit, die wir getrennt waren, wieder gut machen. Ich werde sie zurückbringen und die Dinge zurechtrücken. Sie wird glücklich werden, so wie sie es werden soll. Okay, ich glaube, das hatten wir schon gelesen gehabt. Ähm, der Joker! Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ähm, diese Erfolge ist so schwer und ich kann ihn ohne Hilfsmittel nicht bewegen. Natürlich ist es so ein dämlicher Vorrang, aber egal. So, gehen. Was kann ich hier machen? Ähm, einige Zutaten fehlen noch. Ich sollte im Buch nachsehen, äh, nachlesen. Okay, ich glaube, wir können hier noch nichts tun. Kann ich sonst irgendwas machen hier? Äh, diese Karte wurde zur Planung von Beutenzügen und Überfällen auf Handelsschiffen verwendet. Okay, ähm, da war man drin gewesen. Wo geht's hier hin? Ach ja, hier. Ich kann... Der ein so stattliche Ballsaal trägt noch die Narben des Kampfes oder besser des Massakers. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was wir alles... Was haben wir eigentlich mit Inventar noch alles? Äh, eine Haarlocke. Ja, und ein, äh, herausgerissene Seite. Können wir... Ich bin mir nicht mehr sicher, wo wir noch was machen können. Das hat man, glaube ich, auch schon gelesen gehabt. Und hier mit der komischen Figur können wir auch nichts machen. Die Haarlocke, glaube ich, können wir nicht mehr nutzen, ne, oder? Nein, das geht nicht. Oh, mein Dualshock-Controller ist fast leer. Das ist natürlich super. Vor allem jetzt gerade, wo ich gerade ein Let's Play aufnehme, ist natürlich... Warte mal. Könnte ich das hier? Ne, das ist so grün am Leuchten, aber da passiert irgendwie nichts. Der Mond. Durch den Vollmond wirkt diese verwödelte Insel noch unheimlicher. Ziel abgeschlossen. Okay. Ähm... Was kann ich hier machen? Gehen. Hey, ich habe eine Pflanze aufgenommen. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Eine Iatro-Pfah-Blüte? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ob das ein echtes Grab ist? Benutzen. Haarlocke. Herausgerissene Seite. Nein. Kann ich nichts benutzen? Laut der Karte ist die Stelle, an welcher der Schatz vergraben wurde. Und ich denke mal, dass ich davon eine Schaufel brauche. Ähm... Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ähm... Wo wir... Achso, ja, das funktioniert ja eh nicht. Es sieht so aus, als wäre hier mal ein Bild gewesen. Wenn ich es wieder herstellen kann, kann ich vielleicht hinein. Ich sagte zu gar nichts mehr. Kann ich die herausgerissene Seite, ähm... Wo war denn das nochmal gewesen? War das hier? Ne, wo war nochmal das... Ach, das war in der Gruft, ne? Das Grab. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich, äh... Hier war das gewesen. Kann ich die hier einsetzen, die herausgerissene Seite? Warte mal. Ach, das geht gar nicht. Funktioniert nicht. Okay. Diese beruhigende Musik macht es auch nicht leichter. Und hier braucht man auch noch irgendwas. Das funktioniert nicht. Okay. Ähm... Ja, dann... Lief mega laut. Kann ich hier was machen? Oh, ein Wirbelbild. Jawohl. Glasauge, Eispickel, Schildkröte, Handschellen, Grashüpfer, Spielkarten... Kröte, Bauer, Lampe, Apfel, Pfeil und Ei. Das brauchen wir alles. Ähm... Die Kröte. Da ist schon mal die Schildkröte. Das Glasauge, was wir auch noch brauchen irgendwie anscheinend. Ähm... Da sind die Spielkarten. Eispickel ist hier. Eispickel ist hier. Hm. Die Handschellen. Wo können denn die Handschellen sein? Lalalalalala. Und ein Ei. Ein Ei dürfte eigentlich gar nicht so... Da ist das Ei. Eine Lampe. Ein Bauer. Der Bauer ist übrigens rechts oben im Bild. Also hier oben. Hier. Ich hab den Bauer gerade noch gesehen. Wie ich hier mit dem Cursor nach oben rechts ging. Aber ich hab ihn jetzt aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich hab ihn gerade noch irgendwo gesehen. Handschellen, Grashüpfer. Oh Gott, wie soll ich denn hier mit dem Gras... Da ist der Akmer. Da ist der Bauer. Und da ist auch gleich der Lidikröte. Eine Lampe. Eine Lampe? Ist das die Kerze? Nein. Ähm. Da ist die Lampe. Also so eine Wunderlampe wie Aladin. Da reibst du dann dran und dann kommt der Geist heraus. Ähm. Ein Apfel. Wo könnte hier ein Apfel sein? Da ist ein Apfel. Ein Pfeil. Da ist der Pfeil. Handschellen, Grashüpfer und Glasauge. Ihr könnt ihm immer helfen, wenn ihr so fleißig mit am Rätseln seid und am Suchen seid. Falls ihr da was seht, bitte einfach in den Chat schreiben. Das wäre super. Ähm. Ja. Toll. Glasauge. Hinterm Knopf. Äh. Oder was auch immer das war. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Da sind die Handschellen. Jetzt brauchen wir noch den Grashüpfer. Da ist er. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Eine Metalspitze. Das ist ein Eispickel. Aber egal. Die Frage ist, wofür brauchen wir den? Mhm. Ja, 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 ja. Kennen wir alle schon. Den Eispickel. Wofür können wir den Eispickel denn brauchen? Der braucht auf jeden Fall ein Fernglas. Definitiv. Das hölzerne Gerüst und die Verstärkung haben sich als äußerst gewöhnlich stabil erwiesen. Kann ich hier noch? Hier sind Ketten. Das haben wir schon fertig. Underworld LP. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und das Game ist toll. Letztens erst durchgemacht. Guten Abend. Ja, das Game ist auch mega geil. Ohne Scheiß. Bitte. Ich habe mir ohne Spaß. Ob es glaubst du oder nicht. Oder generell auch alle, die da sind. Ich habe so, so gerne Würde-Wild-Spiele auch bei anderen Let's Playern angeguckt und trallert. Und habe mir immer für die Playstation-Wimmelbild-Spiele gewünscht. Habe gedacht, komm. Ach, da wird eh nie ein Wimmelbild kommen. Und jetzt ist eins draußen. Ich feiere das so. Das ist das perfekte Stream-Spiel. Ohne Scheiß. Es ist einfach das perfekte Stream-Spiel. Es ist einfach so. Es macht so viel Spaß. Dö, dö, diese Musik. So beruhiget. Brauchen wir den Pickel vielleicht hier? Den Eispickel? Nein. Okay. Ich brauche einfach was anderes. Was ist mit der Pflanze? Ah, die brauche ich hier. Okay. Äh, kann ich jetzt? Warte mal. Die Pflanze brauchen wir. Ähm, mhm. Irgendwie hier eine Knospe reiben. Die hier. Wieso kann ich die... Kann ich die Knospe... Hier liegt... Diese Knospe hier. Die hier liegt. Oder was auch immer das sein soll. Ist hier oben im Buch markiert. Hier oben. Man soll sie reiben und... Äh, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Es ist auch egal. Ich muss es nicht verstehen. Aber wofür brauchen wir den Eispickel? Ich bin mir da gar nicht sicher. Ähm. Können wir den hier benutzen bei der Skeletthand vielleicht? Äh. Soviel ich weiß, ist... Äh. Das ein Dreiteiler. Also. Alles neue Storys. Hab's am PC gesehen. Freu mich, wenn Teil 2 und 3 Teil... Oh. Bitte. Ah. Bitte. Bitte Teil 3. Alter. Bitte. Das soll kommen. Bitte. Das soll kommen. Ich feier das so. Weil ich mach das ja als Live-Let's-Play. Das wär so mega. Also bitte mehr Wimmelbild-Spiele. Auch generell von anderen oder so. Ich... Ey. Das ist so geil. Kann ich hier noch was machen? Irgendwie? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube hier... Ein königlicher Lehnstuhl, angemessen für einen Schiffskapitän. Remington muss ein Mann mit großen Zielen gewesen sein. Ja, das kann sein. Der mit seinem Klappergebiss wieder. Ähm. Was sollen wir denn jetzt bitte mit dem Eis... Ich nehme dich auf Lena Maus. Was sollen wir denn mit dem Eispickel machen jetzt? Ich bin mir... Können wir das hier... Ein Fabi Glasfinders da vorhängen? Dieser Ort wurde bestimmt von einer Frau eingerichtet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich von Tine Wittler. Ähm. Ja, aber wie du... Wollte ich auch immer für die PS4 haben. Hatte mich... Ja, das ist so geil. Ich hatte echt so lange... Hab gesagt... Ah, da wird nie eins kommen. Hab ich mir immer gesagt. Und hab mir eins gewünscht. Aber jetzt ist eins da. Das ist so geil. Das macht so viel Spaß. Und das ist echt so... Für den Stream ist es so geil. Was muss ich denn jetzt... Ich bin total aufgeschmissen. Und ich spiele es auf extrem. Die Zuschauer wollten es so. Ihr wolltet es so. Ich... Ich sehe nicht. Ich weiß ganz genau, dass ihr mit dem Pyjama da sitzt. Ihr wolltet so, dass ich auf Hardcore spiele. Was haben wir denn hier? Hm. Hm. Der Entdeckungsglobus war für die Planung von Überfällen auf Händlerkonvois unverzichtbar. Doch nun, da ich meine Piratendasein aufgebe und mich mit Mary niederlassen werde, benötige ich diesem Modellschiff nicht mehr. Ich habe diesen Globus in Kapitänsgegüte gesehen. Das haben wir schon gemacht. Das mit den Piratenschiffen haben wir schon gemacht. Oder haben wir das nicht mehr... Das haben wir doch schon gemacht, oder? Mit dem Piratenglobus. Das war doch... Das war doch auf dem Schiff. Möbelt! Ähm, hier war doch... Natürlich, das haben wir schon fertig. Aber ich komme gerade nicht weiter. Das ist ein bisschen komisch. Der braucht seine Münzen, um eine Geschichte zu erzählen. Die haben wir nicht. Nimm den Pickel. Nimm die Haarlocke. Nimm die rausgerissenen Seite. Nein. Du bist wie der kleine Gollum. Hm. Ich habe keine Ahnung. Boah, Alter. Es ist so warm hier im Brutofen. Und das ist... Die Festung türmt sich über den höchsten Punkt auf der Insel. Ähm... Ich habe keine Ahnung, wofür der Pickel sein soll. Also nicht der Pickel in meinem Gesicht, sondern der Eispickel, den wir bekommen haben. Zoomen. Das haben wir auch schon gelesen. Hier vielleicht? Ne. Da brauchen wir die Seiten für. Ich bin da ein wenig aufgeschmissen, wo noch ein Wimmelbild sein sollte. Hier vielleicht nochmal. Was ist denn? Oh, warte mal. Das kann ich hier nicht benutzen. Ich brauche was anderes. Die Wurzel ist sehr zart. Ich muss sie vorsichtig herausgraben. Hallo. Mit dem Pickel. Drumherum stechen. Weißt du? So drumherum stechen und dann rausziehen. Nein. Das geht nicht. Da brauche ich was anderes. Da brauche ich wahrscheinlich einen Spaten für. Ist klar. Aber nein. Das kann sie ja nicht. Sie hat ja Papierhände oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder Kunststoffhände. Aber Kunststoff wäre doch zu hart dafür. Alter, ist das so warm. Prost. Kann ich den Eispickel hier verwenden vielleicht? Für den Vorhang. Zum aufreißen. Nein. Hast du Limo gemocht? Der neue Teil von den... Ja, Inside ist draußen. Ich habe schon gesehen. Ich bin... Möchte gerne Inside spielen. Bin ich ganz ehrlich. Ähm. Weil... Ich bin ein großer Limbo-Fan. In Anführungsstrichen. Habe ich auch ein Live-Let's Play gemacht. Aber... Es war nachher... Einfach nur noch... Äh. C. Aber... Es soll sehr, sehr geil sein. Ich... Es steht auf meiner To-Do-Liste. Für den Stream. Und... Vielleicht heute noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht heute noch. Aber das muss ich erst runterladen. Wenn dann... Ähm... Vielleicht heute noch. Das kann ich nicht nutzen. Harlock auch nicht. Ähm... Jetzt auf der PS4. Und das Spiel... Was wie PT sein soll. Was auf Eis gelegen worden ist. Wieder aufgenommen. Habe ich gelesen. Und zwar... Alice in Road. Wurde wieder aufgenommen. Ja. Habe ich schon gelesen. Und... Es ist im Ami-Store... Äh... Schon draußen. Aber nicht im deutschen Store. Und zwar... Emilys One to Play. Wenn ich jetzt... Ein bisschen mehr Kohle auf Seite hätte... Hätte ich es heute gestreamt. Aus... Aus dem Ami-Store. Ne? Äh... Wie sieht es bei so Order aus? Müssen wir auch weitermachen. Das machen wir aber alles morgen. Das machen wir alles morgen. Das machen wir alles morgen. Okay. Kann ich nicht nutzen. Ich habe keine Ahnung wo wir hin sollen. Ich habe keine Ahnung. Das machen wir alles morgen. Morgen aufnehmen. Ah... Das Spiel wollte ich mir für den PC holen. Aber er hatte keine Lust dafür. Achso. Ähm... Da kann ich das Tuch wehen. Ganz toll. Aber wo sollen wir hin? Ich habe keine Ahnung was wir machen sollen. Der braucht auf jeden Fall ein Fernglas. Oder braucht einen Pickel? Nein. Der hat keinen Pickel im Gesicht. Da waren wir schon. Entschuldigung. Ähm... Ich probiere jetzt alles mal aus. Äh... Landungsstieg... Ja... Da waren wir schon. Da können wir nichts machen.